Hey Freunde, was geht? An das hier kann man erkennen, dass schon 100 Abonnenten erreicht worden sind. Oh f**k, wer du... 100 Abos Leute, ich bin stolz auf euch, girls in der Community. Okay liebe Leute, das war's, haut rein, feiern mit mir schon drauf und jo. Here is me in my sexy suit and I reached 100 Abos. Ich hab da extra abgedunkelt, ich hab im ersten Versuch verkackt. Aber jetzt gibt's noch ein bissel Making-of. Das ist alles voller Konfetti. Alles voller Konfetti. Ist das nicht toll? Es ist wunderbar. Ey Leute, Real Talk, ihr seid die Besten. Auf die nächsten 100 Abonnenten. Und danke, dass ihr schon so lange dabei seid. Und das miterleben dürft. Okay meine Lieben, ich bin raus. Am Wochenende wird vielleicht gefeiert, aber Bitches zischen. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, was passiert. Ach ja, und am Montag kommt wahrscheinlich was ganz spezielles da. Und zwar wie ich in Deutschland war, aber mal gucken. Jetzt erstmal Party und kies auf, liebe Freunde. Aber jetzt vermutlich, wenn du dich auf den Namen, Vad ist gut? Jetzt zu viel raus.